und damit haben sie liebe leute wir kommen jetzt wieder zurück zu der ins platin ja genshin impact im zwanzigsten stream nur ein tag nach der letzten jahr und jetzt platin ja heute meine stündchen investiert und talenten her aber bis das auch gepusht gut ein artefakt ist ein lang höher das ist nicht der rede wert nach der ratio und jetzt platin die ist jetzt hier 5 6 6 die meisten ja 4 9 10 gut das ist ja warum nicht ja wenn den push halt hier auch von dem stand bilder lustreiche nach oben also eigentlich hat er 467 na ach so ja ich war es ja noch mal so die alles 499 aber auch bloß plus drei reinge push durch das stand bild hier von dem c7 in dem fall die hatte eigentlich dann 4 6 6 würde so sieht namens fisch ja auch wenn das auch 4 6 5 da gegen 6 6 6 total ja hat jetzt 4 6 6 3 5 5 der standardangriffe sowieso nie bei dem eigentlich und kiki hat 346 so nah was sie ja also eigentlich hier arbeit ist jeder steht über mein so 5,6 im schnitt aber ja gut durch die werte ein bisschen höher aber ja müssen wir schauen wir die meisten dinge also wenn es aber kurz mal zeigen ja die meiste jetzt hier wollen mittlerweile andere materialien da habe ich gar nichts okay gut ich könnte umwandeln aber ich habe keine mora mehr und ich kriege absolut nichts mehr das ist für heute feierabend ja ein paar wir schon hoch gepusht hier wo die anderen dinge er brauchte mit so schwer ja der schon mal der nächsten jahr da ist er schon zehn werden die elf na da wir aber das ja auch nicht mehr auch müssen ja wieder umwandeln und so weiter ja das ist ja hier die meisten an dem standpunkt hier da bricht ich nur noch das könnte ich erstellen aber wie gesagt keine mora weil 120.000 eine schube höher ja ne geht dann immer heute ist vorbei ich habe hier keine riesen mehr den habe ich jetzt wieder deswegen ist heute das maximum war eine stunde hat aber gereicht dass alles platt ist so also da sind wir stehen geblieben da wollen wir wieder hin mal gucken ja von rang also ich habe ausgerechnet der schnitt war 2,3 vorher und er und den werden er und talenten und mittlerweile ist weit über 6 also das dreifache ja heute ist ja doch es reicht auf jeden fall wäre das hier noch elf so und da ist ja genau elektron hydro genau passt ja so aus meiner aufschritt eins sonst habe ich noch eine chance dass ich morgen vielleicht noch eine stunde investieren könnte oder so das morgen noch mal probieren aber allzu viel geht da jetzt dann immer so schnell zumindest dort haben wir nach wie vor die da nach wie vor den auch die auch den auch so da den den wohl nehmen wir den als zweites aber wo ist eigentlich wirst so da genau dann rein in die putze ja schauen wir mal widerstand nee das da so da Alter. So, na, Maddy und vielen Dank dir. Na? So, wen haben wir noch? Nein. Gut. Na, wie ist es noch richtig anderen? Boah. Diese Mistviecher. Gut. Entschuldigung. Jetzt will er sein. Lass ihn aufrefen. Lass ihn aufrefen. Lass ihn aufrefen. Ich bin in. Assortiertes. Es geht um. Retribution. Pulsier. Ich schreibe. Wie ich die Dinger hier absolut nicht mag, ja. Na, mein neues Update. Hey-ya! At the frighten, let's light it up! Everybody stand back! Torn to oblivion! There is no escape! Torn to oblivion! Torn to oblivion! Torn to oblivion! Torn to oblivion! Now you shall perish! Torn to oblivion! Naja... Keine Ahnung, was der Registrier wert war. Torn to oblivion! Sacred name. Fortune-Preserver. Will? Torn to oblivion! No, my sword! Witness the power! You're mine! Shouldn't let your guard down! With sword comes shadow! He He's registered! Wann, da, youお��, idiot? He's a sherman! Wann he's dead! He's the slinks! I shall die! He's the slink! We'll come! We'll come to you! I'll be in! Oh, ja, 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 ja. Rise. Nein, ich bin wieder auf. Da ist ein Brunberg. Ja, gerne. Ja, 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 ja. Für Zeit. Ja, 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 ja. Dann geht es ja so Platin, nehm ich mal stark, hm? Ja, 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 ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Osteraum aus Nullstern, der macht zwei. Ne, aus einem Stern macht zwei, ne, sowas. Oder? Doch, aus, äh, aus... Was hatte ich denn gestern? Im Osteraum einen Stern, ne, glaub ich, oder? Äh... Ja, so, jetzt mal normaler hier entspannter hier, also danke Brumbeer, ne, auch für's Feedback, auch für's Voll auch, ne. Ja. Danke dir. Ja. Oh mein Gott. Wow. Huh? All will be revealed in the next... Ja. Ja. Der Rest nicht, hä? Ja gut, wenn du jetzt so 200 angefangene Spiele hast, dann wird's zapfig. Ja, ja. Nice. Nein. Oh, bei Delo muss ich aufpassen. Ich habe jetzt auch noch der Stopp. Äh... Warte mal. Wenn ich da jetzt wieder rauskehren, wieder rein, das müsste eigentlich funktionieren, ne? Ha. Ja, okay, da sind sie 190, das geht ja noch. Ja, nice. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Yo! Das war's für heute. 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 So. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. No, 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 no. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Endlich. Das war's für heute. Oh, no, 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 no Der ist lustig. Los. Mach auf das Loch. Danke. Illusion Shattered. Transcendental Constraints. Nice and spicy. Let's light it up. Time for Retribution. Ach, Delo, ein bisschen besser. Timing eher, mein Scho. Hä? Ach da. Schoen Sie sich. Let's light it up. Out of the frying pan. Weicht. Hmm. 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 420 ist was? Los. Ah. Okay. Ja, ich brauche ja da 180 Sekunden, genau 3 Minuten. Okay. Was hatte ich jetzt gerade? Weiß ich noch. Ach ja. You are answer. Okay, answer. Nee, da. Okay. No time to lose, okay? Ja, brace yourself. This is gonna hurt. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Nein, mein Gehirn! Schön, wir sind ein Gehirn. Na komm, mach die U. Na, das auch. Komm jetzt, Lohruf, passt. Alter, so, Lohruf ist durch, was ein Schrott, äh, ich glaub, da mixe ich jetzt doch durch, oder? Wenn ich da ja jetzt auf zurück gehen, dann kann ich ja trotzdem eben die 12 wieder auswählen, ne? Ja, da müsst ihr ja eigentlich. Da, ich will dir mal kurz die Dinger, wo ja gut, der diesen scheiß blöden Kackbosser und 20 Sekunden aus dem AFK gehen kann, das kenn ich ja. Der nervt die Sau, gell? Achso. Warum sind die Tausende? Äh, ah genau. Ja. Gut, also Müll. Zweite Hälfte Hydro. Geo. Hm, okay. Ja, der da, da, wie kann man nur den Scheiß da reinmachen? Hahaha. Weil, die Zeit läuft da garantiert schon runter, oder? Während der sich erst aufbaut und die Schilde aufmacht, blablabla. Bis überhaupt an den Anfang kannst du den Schaden machen, oder? Dann läuft bestimmt schon die Zeit. Wow. Hahaha. Toll. Was für ein Verarsche. Kannst du eh nix machen. Hahaha. Ja, okay. Hier ist auch zweite Hälfte. Kryo, Hydro. Oh, da ist alles. Oh, das ist wurscht. Hier eine Pyro. Spiegel-Tante kann eh nix. Oh, da ist wurscht. Ja. Ja. Raum 3 ist Hupe. Wo ich eigentlich passt. Elektro bei der zweiten Hälfte, ja. Hm. Ach, ich hab jetzt einfach mal irgendwas durch. Äh. So. Nehmen wir die halt erstmal da rein. Ne, da nehmen wir den. Ne. Hahaha. Fail. Muss meine Settel an. Loh, ich bin jetzt eben eine 12, ne? Gut, ich mein, also morgen habe ich locker, also eine Stunde ungefähr kriege ich auch wieder raus, aber auch viel mehr geht als nicht mehr so auf die Schnelle zumindest, was ich da hochleveln könnte. Okay. So, oder? Äh, Shangling ballert schon gut raus. Geh King eigentlich auch. Äh, Team 1 ist natürlich besser. Ja, wurscht. Probier einfach mal. Schauen wir mal. Mal Luke kennen. Da sehen wir schon. Oh ja. Ja. Ach echt, Holger? Das ist ja Wahnsinn. Wenn du öfters das benutzt. Let's get down to business. Now you shall perish. Let's run it up. Teamwork is. You're mine. You shouldn't let your guard down. Duck, 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 duck. Also die Gegner müssen schon down, ihr müsst nicht so überleben, oder? Hä? Wohin geht up. Schein down. Johh! Ah, jetzt sind wir wieder. Ah, wurscht. Zeit für Retrofusion. Was ist das? Was ist das? Ah, okay. Uh. Gut. Toll, jetzt habe ich jetzt so ein Schenki, guck doch nicht da hin. So. Nein. Naja, das geht schon. Ja, wir haben doch gerade aufpassen müssen hier. Oh, Fallschiff. Wo ist eigentlich den da? Everybody, stand back! Couldn't let your guard down. The fairy? The fairy? There is no escape. Let's light it up. Now you shall perish. Illusion Shepard. You can run. Can't hide. Let's light it up. Go on it. Shine down. Prepare yourself. Brace yourself. This is gonna hurt. Time to oblivion. Time for retribution. Now escape. Now escape. Verbands. Everybody, stand back. You can't run. Ich habe auch gerade richtig gesehen, dass der andere eine hier oben steht. So. Oh. Nein, ich habe den Schiff. 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 Pass auf, ich habe den Bumpe. Ja. Nein, ich habe den Schiff. Nein, ich habe den Schiff. Nein, ich habe den Schiff. Ja. Diesen. Opening box of the Death Eye Tricks. At the bridepins, into the fire! Don't blink! You're toast! Reisio, Gova, get them! Reign, help mind your fate! Reign, cut off, time to act! At the frying pan, into! Incoming, with sword from scatting! Incoming, with sword from scatting! Yes, hit! Yes, hit! Feet of light! Yes, hit! All shornshin! Ah! Get, get, head to the chain! Lova, get them! Rise! Life goes on! Know my sword! Don't blink! Order's given, order's received! Nice and spicy! Speed of light! Reign outlines your fate! Witness your power, with sword from scatting! Incoming! Eat this! Out of the fried pan! Get to the fire! Yeah! Oh, frot zählt! Naja! Reicht! Weiter! Ah! Eh! Ah, ne! Achso! Ach, ne! Das war doch der, oder? Ja! Oh! Ehh! 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 Ah, ne! Ehh! I'm going in! Oh, ne! Wie war das noch mal, wenn du dich zweimal portet, oder so, für's am Arsch? Irgendwie sowas war das doch glaub ich, mia! Die Schwerste. Da wäre ich voll dafür, ja. Bis heute, ciao. Den wollte ich. Teamwork ist Dreamwork. Es gibt keinen Weg. Oh, waaat? Ahhhh. Wohin schon, jetzt mal alles funktioniert. Aber es scheint zu früh ausglichen. Nice Move vor dem Grad. Ich kenne es zwar, aber... ... 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 Oh, es geht! Furnig desk! Off we go! Illusion shattered! Teamwork is tri- Burn! There is no escape! Now you shall perish! Adventure time! Ah... Ja, genau! Oh! That's a sleepy zone easily! No time to lose! No time to lose! No time to lose! Shine down! Let's light it up! Everybody stand back! Off we go! Illusion shattered! Oh, no! Inazuma shines eternal! Shine down! Burn! Ah, no! Inazuma's touch! Halle! Oh, no! Inazuma's touch! Ah! Hmm... Teamwork is tri- Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ferdictus? Torn, zu Oblivion! Da ist kein Estand! Ich bin in! Lass es sich um! Zeit für... Retribution! Everybody, stand! Illusion Shatter! Oh shit. Oh shit. Let's light it up. Time for Retribution. Time to oblivion. There is no escape. The mortal plane. Oh shit. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, warum wir es halt auch einmal so? Probierst du jetzt einfach mal, dass ich hier die Ultis so teilen, dass sie genau daher kommen würden, wenn es ein Eingriff kommt. Oh, das ist ein Eingriff. 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 Oh. Ohhhh... Hmm... There is no escape! Burn! You can run, but you can't hide! You're mine! Hmm... Off we go! Shine down! Ohhhh... I'm going in! Burn it, kid! Torn to oblivion! Torn to oblivion! Adventure time! Why do they never met? Everybody, stand back! Off we go! Let's light it up! There is no escape! Let's light it up! Retribution! Ha! Ha! Break yourself! This is gonna hurt! Yah! Yah! Now you shall perish! Ha! Huh! 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 Hmph! You're only terce! Let's light it up! I'm going in! them hoch Huh! 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 Let's light it up! Ha! Huh! 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 Gotidden! Huh! Who criticized me! Bäh. Oh, na 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 Oh, no Oh, no na 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 Was ist das? Endlich sagt er, wo bist du denn hier, Travis? Hä? Go, rise. Speed of light. Opening box of adept-eye tricks. Faster. I'm getting a little cold. Don't blink. Nice and spicy. Suffocate. Speed of light. Eat this. Boba, get them. Incoming. Nowhere to hide. Know my sword. Witness the power of good walk. Don't blink. Get this little nicks. Incoming. The inside shall be punished. Speed of light. Nice and spicy. Rain out blinds your fate. Get to the tape, where are you? Incoming. No. Without your escape. One, three. Excess. Not good. That's right. That's right. Nice and spicy. Or the iphone. Fade. Nein, eben nicht, Thomas. Wir sind in der Himmelseite, unser Schied. Ja, 11-1 war ja kein Act, 12-2 schon, wie du siehst. Ich bruchte doch fast hier ein anderes Team. Wobei... Wir haben jetzt halt schneller da und der Penner da aber, hm. Ja, 11-1. 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 Ja, 12-1. Ja, 11-1. Ja, 12-1. Ja, 12-1. Ja, 12-1. Ja, 13-1. Ja, 14-1. Ja, 23-1. Ja! Oh, das geht so ausreichend immer. Oh, das geht so ausreichend. 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 Ah. 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 Genau reingekickt, muss das jetzt sein. Oh, ich will nicht sein, dass ich wieder zurückgezogen habe. Oje. Nö. Nö, nö, nö. Nö. Oje. Nö. Nö. 80% sind zu wenig Gegner. Nö. 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 Schöne aus. Nö. Nö. Yne. Nö. 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 Das können wir dann eher erinnern. Ist da der Elisino rassfatz auf? Zum Beispiel. Und ich kann sie ja länger verpissen. Für diese Ausmaßnahmen von dem da. Wir sind auch Leading Up. Ich gehe in! Torn, in Oblivion! Ich fange es! Illusion Shatter! Was ist das... Ich fange nicht mehr. Ich habe nicht darüber nachgebracht. So, ich mache nicht so viel. Ich fange mal auf. Es ist kein Geheimnis! Let's light it up! Let's light it up! I'm going in! Let's light it up! Verdeck, Jess! Illusion Shepard! Let's light it up! No time to lose! Inazuma shines eternal! Burn! Burn! Oh, jetzt war ruhig, Platin, ja, klar! Okay. Haha. Project Zero. So. Another ten. Suffocate. Go. Place goes on. Rain outlines your fate. Witness the power of. Huff. 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 Have a little taste. Speed of light. Suffocate. Huff. 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 Sup Huff. 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 Debbed. Huff. Huff. I feel like this is so fucking scary. Huff. 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 were to get united. Was ist das? 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 Oh nein ... Komm runter. Das ist so nervig. Stimmt eigentlich. Das ist so nervös. 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 Was? Voll nicht. Hahaha. Teamwork is Dreamwork! Tidal Wave! Tidal War! Retribution! Ha! 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 There is no escape! Ha! 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 Your mind! Ja! Ja! Torn to Oblivion! Let's light it up! I'm going! Ha! Ha! Furnagers! Ha! 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 Aventure time! Oi Elf! Shine down! Absurd! Now you shall perish! Let's light it up! Teamwork is Dreamwork! I can't let your guard down! You're pretty good! Cha! 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 Ha! Let's light it up! Burn! There is no escape! Ha! 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 I'm going to die! I'm going to die! I'm going to die! I'm going to die! Schau! Oh, 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 oh. jawohl wenn sie erzählt wurde es hier aber auch lieber morgen noch mal meine wo wir hier bis morgen noch mal vielleicht irgendwie hart hinzukriegen so klein touch fehlt noch ein bisschen und das bisschen könnte ich morgen hinkriegen ja wir fahren ruhe jetzt habe ich aber so eine ähnliche preise auf das gesehen glaube ich meine selbst vorwärts bei rebuy oder medimops entweder oder das war so aus 23 tagen ungefähr wenn er das lieber so dass jetzt bei ganz immer gut sein probiere ich morgen lieber noch hier so eine gute stunde noch mal irgendwas zu farben also vielleicht hier gerade noch mal überall so ein zwei level oder sowas drauf packen könnten mal schauen ob es hinreicht ja aber trotzdem was soll ich danke fürs zuschauen noch nicht ich habe noch genug hier rumliegen ja eben ja ich bin auch mal zufrieden das passt ja zwar jetzt ärgerlich dass wir jetzt gerade im letzten räumchen den scheiß nicht hinkriegt und ich kann jetzt hier nach vorübergehen verlassen manche halte das heute halb morgen weiter normal und habe ich sagen könnte ich wetten wir jetzt da gerade was haben wir gesagt habt wer war das ist er ich glaube der war es nicht die war es auch nicht da ja wenn er zum beispiel na das kann ich locker zusammenfahren das ist überhaupt kein act das hier muss ich gucken weil da mir auch drei das auch kein act das normalerweise auch nicht ja unser zeug halt der king mal gucken da habe ich wichtigste eigentlich auch die look die look ist ja überhaupt gar nicht die dinge dazu fahren alle kreiber noch ein bisschen höher so locker auf sechs und dann könnte es eigentlich reichen sogar da ein level müsste auch möglich sein ein so ein item haben wir ja wo ich aber gerade eher dämonen gewandt machen anstatt spezial angriff dass die buch pushen schauen das mache ich auf jeden fall morgen fertig soweit trotzdem danke fürs zuschauen ja was jetzt hier genshin betrifft die richtung ja eben der elf ist ja clear 12 1 2 auch 12 3 fehlt noch schauen wir mal da morgen so ich mache mal kurz den stream aus switche hier oben auf hier riptide nach mit den anderen zwei karoten da und dann ja sehen wir uns gleich wieder wenn ihr wollt also ja bis gleich ja